Es ist ziemlich gut, wir haben es nicht so lange gemacht. Es ist ein sehr schönes Fahrzeug. Es ist sehr leicht. Man kann etwas tun, was man will. Ich versuche, dass ich in der ersten Platz versuche. Ich versuche, dass ich in der ersten Platz mehr versuche. Ich bin neu hier. Das erste Fahrzeug in meinem Leben. Es ist eine absolut neue Fahrzeug. Ich versuche, dass ich sehr glücklich bin. Ich bin sehr glücklich, dass ich das gemacht habe. Es ist nicht leicht zu fragen, wenn ich mit Cubs gewonnen habe. Aber ich freue mich auf das. In der Runde der Runde du immer schaust in den Augen, wo es ein schnelles Fahrzeug ist. Aber es ist okay, es ist kein Problem. Aber du warst schneller als einige. Ja, das ist gut für mich. Es ist sehr schwer zu fahren. Es ist sehr schwer zu fahren. Aber ich liebe es zu fahren. Und ich denke, die Ergebnisse sind gut. Und wir versuchen, die Punkte für die Championship. Und noch ein bisschen mehr, mit dem Mai und dem Mai. Was ist die Zusammenarbeit der Bausteine? Technically, nichts hat sich verändert. Everything ist das gleiche. Denn diese Fall ist eine low-budgete Klasse. Ja, wir müssen alle die Kosten doch alle. Nur eine Sache hat sich verändert. Wir sind in der ersten Jahre als das TV-Vinniere Woche. Wenn wir uns die Lettland-Latwiener und Baltik-Latwiener sind, dann sind wir die Lettland- und Baltik-Latwiener. Ich denke, dass dies der beste erste Schritt im Fahrrad-Racern ist. Ich habe meine eigenen Gelegenheiten über die Technische Lösungen, aber es ist natürlich sehr erfolgreich. Wir haben noch zwei Stunden, also das ist definitiv die schwerste Teil für alle Technische Lösungen. Wir sehen uns. Es ist 1-1, das ist okay. Ich denke, ich muss ein bisschen reduzieren das Wettbewerb. Ein bisschen der Training-Rate. Und es muss Kairo auch vorbereiten. Weil ich bin bereit. Wir haben nur die Türe verloren. Wir sind einfach sehr heiß. Es ist sehr heiß, sehr schwer. Und wenn man schnell geht's, ist es sehr, sehr schrecklich. Es ist sehr heiß, sehr heiß. Und die Türe sind fast fertig. Ich bin mir selbst zwei Stunden gefahren. Ich fühle mich gut, weil wenn die Adrenalin kiegt, keine Probleme. Ja, wir haben Glück. Wir haben wirklich keine Probleme. Wir haben nur ein Fahrzeug und verabschieden die Türe. Und das ist es. Ich habe drei Minuten, um zu Ende. Was? Warum? Ich habe einfach angefangen zu haben. Alles gut. Ich habe überlebt. Ich glaube, ich werde versuchen es wieder einmal zu machen.